Ricks! OO! Du, Ricks! Das machst du hier! Ich muss, ich muss einfach denn lassen, Bro. Das hat es echt gut getan. Ich sage ehrlich! Oh, Ekelhaft, Alter! Man, riecht es bis hier hin, Alter! Bro, ich habe vorher den Albtraum gehabt, du glaubst gar nicht! Ich hab von so einem Zirkus und so geträumt und so... Ja, Bro, das war kein Traum. Wir sind... Da, dreh dich mal um! Hast du es gerade gesehen? Warte mal! Das war kein Traum! Warte mal! Wir sind ja wirklich hier! Ja, wir sind im unglaublichen digitalen Zirkus gefangen. Keine Ahnung wie, also ich habe so ein Headset aufgezogen, so ein VR-Headset. Aber jetzt bin ich in dieser Welt und ich kann dieses Headset nicht mehr abnehmen, weißt du? Oh nein, Bro, ich habe voll Angst vor Clouds, Mann. Ja, wobei Pomni ist eigentlich gar nicht so... Bro, hast du mal ihre Augen angeguckt, Mann? Die sieht aus, als ob sie dich jeden Moment aufessen wollen, Mann. Ja, die Augen sehen aus wie so ein gefährliches... Oh, da ist sie! Oh mein Gott, okay, Lumex, komm wieder raus, Kollege. Wir müssen das jetzt zusammenschaffen, Kollege. Okay, dann würde ich sagen, ich glaube, wir klettern hier mal raus, ne? Warte mal, das sind so Pfeile, guck mal, die zeigen da lang. Also Pfeile müssen immer richtig sein, oder? Ja, denke ich mal schon. Okay, Bro, dann gehen wir einfach mal hier weiter, mal gucken, wo uns das hinführt. Ja, also hier ist so ein Gitter, Bro. Ja, ich habe es aufgemacht. Ich auch, ey, aber ich... Warte mal, keep punching. Ich mache keine Lücken und Schächte. Ich habe Angst, Mann. Ja, aber ey, wenn die Videos, wenn die Leuten die Videos gefallen sind, dann sollen die alle mal einen Daumen nach oben auch da laschen, Mann. Absolut, smash den Like-Button und schreibt Pomni in die Kommentare, wenn ihr auf jeden Fall... Wow, was ist gerade passiert? Speed-Cola? Ne, Moment. Ich habe mich voll vertippt hier. Und schreibt auf jeden Fall, Leute, Pomni in die Kommentare, wenn ihr den nächsten Part haben wollt. Äh, ey, Bro, also kommt mir das nur so vor, oder bist du auf einmal voll schnell geworden, Mann? Waaaaa? Äh... Ich bin einmal noch runtergefallen. Äh, das war es nicht. Ja! Oh mein Gott! Äh, ich dachte, bis vor der Profi im Ausbrechen, was ist denn da los? Äh, ja, eigentlich schon, aber wir sind hier im unglaublichen digitalen Zirkus und hier kann alles passieren, weißt du? Äh, okay. Auch, äh, auch, dass ich nicht gewinne, ne? Äh, okay. Äh, ja, aber, äh, Bro? Bro, ich glaube, wir sind jetzt unten bei Pomni im Zirkus angekommen. Äh, ja, Bro, ich glaube, wir sind hier irgendwie beim, beim, ja, da hast du hier ein Bild, okay? Ähm, ich muss sagen, es sieht eigentlich ziemlich nice aus. Ja! Das sieht so bunt aus. Aber ey, ich finde es trotzdem gruselig. Ja, bei dieser rote Boden und so, okay. Ich glaube nicht, dass ich hier länger als eine Stunde aushalten würde, ja? Da will ich wieder nach Hause. Aber... Ich weiß nicht, da ist so ein roter Vorhang. Am Ende wartet Pomni dahinter auf uns. Ja, ich höre dort Schmutter. Äh, du gehst vor, ich verstecke mich so lange, ich sage ehrlich. Okay, alles klar, ich gehe langsam, langsam, langsam. Und, 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 und. Okay. Alter, das ist Pomni! Da ist sie, da ist sie. Lass! Pomni ist dort! Oh mein Gott! Alter, Leute, ich muss hier weglaufen. Pomni ist hier hinter mir her! Pomni ist hinter mir her! Bro, du musst schneller rennen! Oder wo bin ich? Wir müssen hier hoch, wir müssen hoch. Jo, komm, komm, komm. Du merkst, ich bin hier, ich bin hier irgendwo in der Wand. Bro, du musst hier lang, hier hoch, hier hoch, hier hoch, Bro, hier hoch, hier hoch. Oh nein, ich muss zu dieser verrückten Pomni gehen. Die dreht doch ständig durch, wie in der Serie. Oh, okay, dann beruhige ich sie irgendwie, Bro. Oh, die ist schon wieder da, die ist schon wieder da. Hilfe, Leute. Oh mein Gott, Alter, ich glaube, jetzt habe ich ein dickes Problem. Guard Lounge? Was ist das? Guard Lounge. Oh nein. Nein! Oh Gott. Warte, ich habe sie, glaube ich, abgehangen. Ich gucke dir ein bisschen zu von hier oben, ja? Ich glaube, ja, okay, alles gut, alles gut, alles gut. Oh. Ey, die würde noch niemals hier hochkommen. Oh! Sie kommt hier hoch. Sie kommt hier hoch. Rett lieber Pomni, renn, 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 renn. Oh mein Gott, Alter, Leute, was? Aber die würde niemals hier... Ah, die ist runtergefallen. Nimm das, Pomni. Die kann doch nicht klettern. Das ist ein dummer Clown, Mann. Ja, Pomni, der dumme Clown, ey. Naja, immerhin besser als Pennywise, weißt du? Boah, das muss ich auch sagen. Pennywise ist eine Nummer zu gruselig, Junge. Ja, definitiv. Aber ey, wenn die Leute wollen, dass wir mal zusammen Pennywise entkommen, dann... Okay. Das ist gescheit, lass den Daumen nach oben da, okay? Oh, oh. Ey, Broby wird schon schwindelig, wenn ich so lange im Kreis renne, Mann. Ja, Alter, die ist ja ewig lang... Broby ist voll schwindelig. Und nicht runterfallen. Broby war voll schwindelig. Ich bin runtergefallen. Nein, oh mein Gott, ey. Warte mal. Warum lässt sich die Tür nicht... Nein, 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 sag bitte, du hast die Knopfer hier unten gedrückt. Welchen Knopf? Den roten da. Ja, ich hab ihn auch nicht gedrückt. Welchen Knopf, Alter. Ja, Bro, siehst du es nicht, dass doch mit einem Kabel verbunden, der nach unten geht. Du meinst also, ich soll da jetzt nochmal runter zu dieser verrückten Pomni? Ja, mein ich. Oh mein Gott. Runter mit dir. Okay. Runter. Runter. Okay. Ich seh den Knopf. Ich seh den Knopf. Äh, ja, dann drück mal lieber drauf. Sie kommt. Sie kommt, oder? Aber ich muss da lang, ich muss da lang. Pomni ist hier. Okay. Ich weiß auch nicht. Hast du es geschafft? Bro, ich bin doch auf dem Weg, Mann. Ja, ja, ja. Okay, alles gut, Mann. Alles gut. Oh, Leute, wir könnten vielleicht auch mal uns überlegen, vielleicht zu tricksen oder so. Vielleicht holen wir uns so einen Energy Drink und Lumex wird nichts davon wissen. Äh, Bro, I didn't suck. Ja? Ich hab grad irgendwas gehört. Was für Tricks, ne? Nein, 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 ich wollte nach dem Video mir Energy trinken. Also, nachdem wir aufgenommen haben, weißt du? Ey, Bro, ich seh auch voll gern Energy, aber nicht zu oft. Das ist auch ungesund. Ja, das stimmt. Oh, ich bin runtergefallen. Wo bist du, Kollege? Also, ich lauf jetzt schon mal weiter, Mann. Ich lauf jetzt zähl, Mann. Ha! Ja, ja, aber wo bist du jetzt mal im Ernst? Was siehst du? Ey, warte. Ey, warum bist du vor mir? Ja, ich hab den Knopf gedrückt. Ich bin hochgelaufen und bin jetzt hier. Boah, aber auf Toilette muss ich jetzt unbedingt einmal. Oh, ey, die sieht sauber aus, aber vielleicht nehmen wir die. Hier fehlt eine. Und, äh. Bro, das ist ekelhaft. Oh, die ist sauber. Okay. Oh, aber der Gestank. Oh, nee. Nee, wir müssen hier raus. Ich glaub, wir müssen hier runter. Dann schau mal, da ist Schaufel hier in dem Klo drin. Oh, okay. Ah, wir können uns runtergraben, sagst du? Ja, und das runtergraben. Ah, okay. Schlau, schlau. So, das können wir dann machen. Oh, ah! Wow. Bro. Bro, wir sind in dem Keller. Das ist wie in dieser Serie, in dieser Höhle. Hier ist ein Riesenmonster übrigens, ne? Äh, äh. Oh, Mann. Ey, ich kann das alles nicht mehr. Ich hab voll Angst im Dunkeln. Ja, Bro, wir müssen hier irgendwie aus dem Zirkus raus. Da müssen wir leider durch. Aber wir wissen ja auch nicht, ist das alles in der virtuellen Realität oder ist das die Realität? Ich weiß auch nicht, Wirtel, Mirtel, was jetzt hier Realität ist und was nicht. Vielleicht ist es ein Traum in einem Traum, der geträumt wird. Ja, oder irgendwas in einem Traum und man kann nicht aufwachen und so. Vielleicht ist es das. Ja, ich sag ja, ein Traum in einem Traum, der geträumt wird, Bro. Checkst du? Wie in dem Film Inception. Wie in diesem Film. Ah, ich weiß doch auch nicht. Ich weiß, was ich hier raus will, Mann. Okay, Vorsicht. Nein, wir sind da beide gleichzeitig drauf. Bro, das ist eine Falle. Hast du es nicht gesehen? Die beiden hast du es angesegt von Pommi. Oh, ich bin schon wieder verätzt. Oh, Gott. Ich glaube, ich bin in den Grimace-Shake gefallen. Ja, Pommi hat die angesägt, dass man da runterfällt, Bro. Ja. Hey! Oh, ja. Du hast mich reingelegt, du Unfairer. Ja, Mann. Ich habe Lumix einfach geprankt. Das hast du davon die letzten Male, als du mich die ganze Zeit geprankt hast. Das hast du davon. Nee, ich sag ehrlich, ich weiß gar nicht, von was du da redest. Ja, also ich bin mir ziemlich sicher zu wissen, was ich meine. Äh, also ich weiß nur, dass hier unter uns ein Grimace-Shake ist. Der ist voll eklig. Oh, ich bin drin im Grimace-Shake. Äh, oh nein, warte mal, Bro, ich vertraue dir nicht mehr. Was ist, wenn du dich jetzt in den Grimace verwandelst, hä? Äh, das passiert ja nur, wenn man den trinkt, nicht wenn man drin war. Woher soll ich wissen, dass du ihn nicht getrunken hast? Ich renne weg, ich habe Angst vor dir. Bro, warte, ich glaube, ich sehe Halluzinationen. Äh, ich glaube, ich glaube auch. Ich bin gerade durch, ich habe Pomni gerade in meinem Kopf, ich bin gestorben. Pomni im Kopf, ey, wohl eher die Kugel im Kopf. Oh mein Gott. Warte mal, Leute, ich meine jetzt einen kleinen Trick. Ich trinke jetzt den Energy, weil ich komme, ist uns nicht vorbei. Ah, Bro, ich sterbe schon wieder. Ah, ja, Lumex, let's go. Du hast keine Chance. Oh, komm schon. Dieser Ball ist viel zu schnell. Ich sterbe die ganze Zeit einfach nur. Ja, äh, oh, Lumex, wo bist denn du, Kollege? Ey, Bro, das macht keinen Spaß. Ich komme nicht dran vorbei. Der ist viel zu schnell, der Ball. Ja, okay, du schaffst es. Komm schon. Oh, Achtung, da rollt die Kugel. Bro, wie hast du das denn geschafft, hä? Ähm, ja, ich habe, ich habe Skill und so, weißt du? Bro, also irgendwas stimmt hier gerade mächtig, weiß ich gar nicht. Ich sage ehrlich. Alles gut, Alter, aber das schaffst du schon, das schaffst du schon. Okay, warte, ich dränge mich jetzt richtig an und... Ja, ist wieder in Einzelteile zerteilt worden. Ey, ich kann das nicht mehr, Bro. Okay, Lumex, ich verrate dir den Trick. Trick, trink mal Energy, vielleicht geht das dann schneller, weißt du? Bro, ich denkst auch, ich bin von Gänstern. Ich habe doch schon lange einen gefunden, du Idiot. Ha! Oh, mein Gott. Leute, wie close sah das aus. Das war unfassbar close. Yo, weißt du, was auch close ist? Der Abstand zwischen uns war. Ich bin jetzt vor dir. Ha! Ja, okay, aber wir wollen ja nur beide... Oh, ey, wie ist das? Das ist die andere aus der Serie. Bro, das ist das... Das ist das Pumni Maskotchen oder so. Oh, das ist der Raum von diesem verrückten Clown. Ich glaube, wie hieß der nochmal? Kaufmo oder so? Das war dieser eine Clown, der sich durch diesen Monster verwandelt hat. Das ist Kaufmo, der Kaufmann, der sich verkaufen gehen kann. Ja, Kaufmo, der Kaufmann. Kaufland. Oh, mein Gott, Alter. Ich... Komm schon, ich schaffe das. Ja, warst du zu lange im Kaufmann einkaufen oder was? Ja, ja. Oder im Lidl, ich weiß es nicht. Ey, hier ist ein... Bro, was machst du? Bro, geh nicht in den dunklen Raum. Du fällst in das unendliche Nichts. Ey, also... Wie in der Serie. Wenn du mich fragst, ich bin hier irgendwie über so ein Teil nach oben gefahren. Ey, ich hab voll Angst jetzt. Ich bin voll alleine jetzt, Mann. Komm mal, lieber. Bro, ich bin gerade in den anderen Weg gegangen. Und dann bist du ins Nichts gestolpert. Das war ganz weird. Ganz weird. In das Nichts. Aber... Was ist Nichts? Ich meine, vielleicht ist alles nur ein virtueller Traum in einem Traum. Da gibt es kein Nichts. Was ist, wenn das Nichts mehr ist als nur ein Nichts? Vielleicht ist das... Vielleicht ist das... Bro, bro, jetzt... Du drehst gleich durch. Wir müssen hier raus. Ey, Bro, ich weiß auch nicht mehr, was in meinem Kopf los ist. Komm mir durch in diesen Mittuellen-Zirkus, Junge. Ja, ja, einfach... Einfach Luft atmen und hier, trink mal den nächsten Energy, Kollege. Das brauchst du, glaube ich. Ja, trink schon, komm schon, komm schon. Und let's go! Oh mein Gott. Alter, wie das auch aussieht. Ey, Bro, ich bin voll schnell. Jetzt schau mal. Ja, ich glaube, ich sehe es. Äh, eigentlich nicht, weil ich bin vor dir. Ey, warum bist du vor mir auf einmal schon wieder? Äh, ja, weil ich habe den Energy vor dir getrunken. Und ach, ich nehme jetzt Shortcut Secret Exit. Secret! Wo bist du denn? Ey, hier ist gar nichts. Bro, ich bin hier lang gelaufen. Was machst du denn da? Normalerweise sind hier Secrets, aber hier ist nichts. Bro, wolltest du dir eine Tee-Party machen mit Pongni oder so? Oder... Äh, nein, ich wollte mich verstecken. Ja, dann versteck dich mal weiter. Oh nein. Bro, wir kommen hier nicht mehr zurück jetzt. Oh nein, wir kommen hier nicht mehr raus. Ey, du hast mich in eine Falle gelockt, du... Ey. Oh. Okay. Yo, ich habe den Speedboost immer noch. Okay, let's go. Mann, du hast mich reingelegt. Ich vertraue dir nie wieder, Junge. Nein, nein, nein. Ich dachte, da wäre ein Geheimnis, weil man da hinkonnte. Normalerweise ist da ja ein Secret. Ja, normalerweise. Du wolltest mich einfach nur reinlegen. Na, nein. Nein, das wollte ich doch nicht, absichtlich. Na, ich vertraue dir nicht mehr. Schon, aber... Nein, ne? Ja, Mann. Wir haben das geschafft. Du hast gerade voll gerülpst vom Energy. Das stinkt immer noch. Oh, ja. Ja, das ist dieser toxische Rülpster, weißt du, von diesem Energy. Das riecht eigentlich gut. Ey, das sieht aus wie ein Spielzeugler. Lass dir ein paar Sachen kaufen. Hier, guck mal, was über dem rumsteht. Ja, die sehen schon riesig aus. Ich weiß nicht, ob die in mein Auto passen. Ja, und jetzt, wo du abgelenkt bist, Panik, kann ich aber wieder ausbrechen jetzt. Nein, er haut jetzt einfach ab. Ey, nein, das kann er nicht machen. Das kann er nicht machen. Ey, jetzt wurzt er mich ja noch an, Alter. Nein, Kollege. Bro, was ist das denn? So nicht, mein Freund. Ey, hier ist voll der krasse Ventil. So nicht, Kollege. Ich nehme mein Energy. Bro, warum bist du so schnell? Ja, Mann. Ich bin der Schnellste. Ey, das ist unfair. Du hast gerade irgendwelche Fähigkeiten, Junge. Lol. Ich stehe in der Luft. Ich stehe in der Luft. Ah, chillig. Oh, mein Gott. Alter, was eine Rettung. Was ein Save. Was? Wie knapp das war. Junge, ich hänge dich jetzt hier ab. Ich bin gleich hinter dir schon. Schau mal. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Das musst du nicht schaffen. Ey, du bist viel schneller die ganze Zeit. Ich werde das schneller machen. Ja. Mein Energy ist halt einfach, weißt du, der wirkt noch. Der wirkt noch. Ey, Junge, du spielst einfach nur unfair die ganze Zeit. Ja, weißt du was? Das machst du ja doch die ganze Zeit. Jetzt kann ich das auch einmal machen. Wenigstens mit dem Energy. Ich knall dich ja nicht die ganze Zeit ab, dass ich mit groß werde, klein werde. Nein, 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 ich habe so ein Ding vergessen hier. Na los, komm, das schaffst du, Junge. Bro, das ist alles deine Schuhe, weil du mich ablenkst mit deinem komischen Energy-Trink da. Ey, ich stecke hier fest. Ich komme ja nicht. Warte mal, ich habe ja noch einen Trick. Ich habe ja noch den Jampoost. Was hast du, brauchst du den Jampoost? Ja, ich habe noch den Jampoost. Und damit habe ich mich gerade so gerettet. Bro, ich glaube, langsam bist du auch einer von den bösen. Pomni hat dich angesteckt. Ich sage dir ehrlich. Ja, natürlich. Weißt du mal, das ist ja nicht die echte Welt. Hier gelten sich die normalen Regeln. Ich sage doch, ich kann dir nicht mehr vertrauen. Du bist einer von denen. Oh nein. Nein, ich stecke an der Wand los. Du Loser. Ich stecke an der Wand. Was? Yo, ich schaue da mal rein. Wie komme ich hier runter? Ich komme hier nicht runter. Ja. Ich versuche, ich versuche mich mit aller Kraft hier irgendwie zu drehen. Ich glaube, ich laufe da mal weiter. Ich kriege das hin. Ich kriege das hin. Es ist sehr langsam. Aber ich kriege das irgendwie hin. Oh mein Gott, Alter. Bro, was machst du denn so lange? Ich bin gerade hier schon voll am Ausbrechen, Mann. Ich versuche gerade runter. Oh, das geht zu lange. Oh nein, Alter. Ich musste aufgeben. Aber ey, ich fliege durch den Wind. Ja, das kommt davon, wenn man mit unfairen Mitteln spielt, ha? Ja, das, weißt du, das sage ich die ganze Zeit. Und jetzt sage ich, mache ich das einmal und Lumex direkt. Aber du machst das selber und so weiter. Ja, das ist das. Ja, ja, ja. Achtung. Oh, Bro, Bro, Bro. Hörst du das? Hörst du das? Hörst du das? Bro, hörst du das? Achtung. Was denn? Hey. Der sturzt mich hier komplett an, Alter. Nein. Nein, 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 nein. Ja. Ciao. Nein, haupte mich ab. Oh nein. Nein. What? Ach so. Oh nein. Let's go, Leute. Bro. Wir müssen ihn überholen. Bro. Wir müssen ihn überholen. Bro. 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 Das ist Jacks. Der Riesenhase, Bro. Wer? Oh. Alter, die haben mich von so einem grünen Schleim beworfen. Ey, der wirft mich mit irgendwelchen Schleimbeinen ab, Mann. Ja. Oh nein. Oh nein. Er kriegt mich. Er kriegt mich. Er kriegt mich. Nee. Er gibt mir Damage. Er gibt mir Damage. Nein. Oh. Ey. Nein. 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 Oh Gott. Komm schon, Jacks. Frisst Obst und Gemüse, Junge. Ja. Komm, komm. Ich esse das Obst und so. Alles gut. Aber bitte lass mich leben. Bro. Bro. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Der ist einfach explodiert. Bro. Wie krass. Er ist einfach explodiert. Ey, Bro. Du bist schon wieder schneller als nicht. Was soll das denn? Nein. Nein. Das ist nur eine Nachwirkung vom Energy von dem Automaten. Aua. 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 Ja. Let's go. Alter. Wir haben voll viele Morphs. Aber ich kann da leider nicht in deren Rolle schlüpfen. Äh. Junge. Warte mal. Was heißt hier leider? Würdest du mir gerade sagen, du bist freiwillig einer von denen werden, oder was? Äh. Nein. Also. Ich meine. Ich wundere, dass wir in diese Welt gekommen sind. Ich vertraue dir nicht mehr. Ich hau ab jetzt. Nein. Nein. Alles gut. Alles gut. Äh. Ich nehm nur den Jampoos. So. Komm schon. Let's go. Ab nach oben. Jetzt hier. Komm schon. Oh. 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 Oh Ich wollte es gerade sagen. Hörst du das nicht? Nein, ich höre es nicht, Alter. Ey, er macht das schon wieder. Ey, Lumex, das gibt es ja nicht, Alter. Das kann er noch nicht schon wieder bringen, ey. Ich hau ab jetzt. Oh, Mann. Und ich habe kein Energy mehr. Aber immerhin, ich habe den Sprungboost. Ja, so kann ich auf jeden Fall schneller. Bro, du 1,30er. Kane? Nein. Oh, mein Gott. Nein. Ich werde angegriffen von Kane. Nein. Let's go. Bro, der ist der Endboss. Nein, der ist der Endboss. Bro, ich werde den Foto besiegen. Ich sage ehrlich. Aus der Luft. Aus der Luft greife ich an. Come on. Nimm das, du fettes Obststück. Ja, ich mache es gut. Oder was ist das? Das ist ein Gebiss oder so. Schau mal. Ja, ich habe einen Arm getroffen. Einer ist down. Ich habe auch rein. Warte, und... Ey, er stimmt nicht. Ich habe auch rein. Zieh durch, Junge. Das schaffen wir. Miniga, Miniga, Miniga. Nein. Ja, komm schon. Noch ein paar Schritte. Komm schon. Ja. Nimm das, Kane, du komischer Zirkusdirektor. Wo ist der Ausgang? Oh. 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 Bro, er explodiert einfach komplett. Ha, ha. Yo. Ey, aber wo ist der Ausgang? Wir haben jetzt den Endboss besiegt. Äh, warte mal. Da ist ein Auto. Da ist ein Auto. Oh, ja, ja, ja. Okay, let's go. It's auto. Hey, nein, bitte das. Bitte, nein, Bro, bitte, nein. Fahr nicht ohne mich. Nein. Ja, du steigst ein. Steig ein, steig ein. Okay, let's go. Yes. Okay. Oh, oh, oh. Oh, oh, komm schon. Raus hier. Wir sind im Nichts gedroppt. Bro, wir sind im Himmel. Wir sind im Himmel. Bro, wir sind im Himmel. Oh mein Gott. Ich sehe kaum dich. Ich sehe dich kaum. Oh mein Gott. Bro, ich glaube, das ist das Zeichen dafür, dass wir es hier ausgeschafft haben. Ich glaube auch. Ich habe immer noch meine RPG, aber warte, hier ist eine Leiter. Ich springe. Nein, 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 nein. Nein. Let's go. Raus da. Jetzt raus aus diesem verfluchten Ort. Nein. Diesen digitalen Zirkus hauen wir jetzt endlich ab. Warum? Warum? Wir wollten doch abhauen, Bro. Ja, aber warum ist es vor mir ausgebrochen, Mann? Ach, egal. Das ist hier kein Wettbewerb. Bro. Ja? Wir sind hier in einem Block gefangen. Oh nein. Würdest du mir sagen, das ist nicht das Ende? Nein, wir kommen nicht mehr raus. Nein. Wir sind für immer in diesen digitalen Zirkus gefangen. Nein. Nein. Ich komme nicht mehr raus. Leute. Ey, drück mal Rechtsklick oder so. Und dann siehst du, wir sind in diesem Block drinnen. Draußen. Das ist das Gefängnis. Wir sind jetzt Teil von denen. Nein, Bro. Oh mein Gott. Ich muss auffachen. Das muss ein Traum sein, Bro. Oh. 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 Untertitelung des ZDF, 2020